Anasuyasana, die Stellung der heiligen Anasuya, auch die Pose der Neidlosigkeit, ist eine Sitzhaltung, die du auch verwenden kannst für die Meditation. Felix zeigt, wie es geht. Ähnlich wie in Gomukhasana kreuzt du die Oberschenkel und du gibst die Füße nach außen. Dann fasst du mit den Händen um die Füße und wölbst den Brustkorb leicht nach vorne und du sitzt gerade. Anasuyasana ist die Stellung der heiligen Anasuya. Und sie war bekannt dafür zum einen für ihre Einfachheit, obgleich sie eine große Heilige war, hatte sie keine Probleme auch mit ganz einfachen Menschen zu sprechen. Und auch für ihre innere Klarheit, obgleich sie ein Mensch war, hatte sie auch keine Probleme mit Göttern zu verkehren. Das unterste und das oberste kommen zusammen, Hände berühren die Füße. Anasuya war auch bekannt für ihre große Treue gegenüber ihrem Mann. Ihr Mann war öfters weg, um monatelang Tapas, intensive Askese zu üben. Anasuya war wunderschön gewesen, aber sie konnte allen Versuchungen widerstehen. Und so die Stellung der Oberschenkel übereinander soll auch heißen, dass das Svadhishthana-Chakra nach innen gerichtet ist und die Energie durch diese Shumna nach oben gehen. Du kannst dabei auch zum Punkt zwischen Augenbrauen schauen oder auch bei geschlossenen Augen dich richten auf das Sahasrara-Chakra als Symbol, dass du dich verbindest mit dem Göttlichen, deinem wahren Selbst. Und so die Stellung der Oberschenkel ist.